Powerhouse Wenn ein gespeichertes Kampfstil-Symbol verfügbar ist, halte die R1-Taste gedrückt und drücke die Dreiecktaste, damit du deinen Superstar wortwörtlich auf eine Rampage schickst. Für eine begrenzte Zeit wird dein Superstar alle Schlagangriffe ignorieren und alle Greifmoves, die dein Superstar durchführt, werden auf Altra. Bewege den linken Stick in eine beliebige Richtung und halte die Kreistaste gedrückt, um einen noch kraftvolleren Irish Whip auszuführen, der deinen Gegner über die Seile auf dem Boden der Arena befördert.